Hallo YouTube, Joscha von Games on Tables wieder hier. Beim letzten Mal haben wir uns die VCX angeguckt und wie versprochen gehen wir auf das Schiff ein, was sich ebenfalls in der Ghost-Erweiterung gefunden hat, das Phantom Shuttle. Wie schon im VCX Video erklärt gewesen, das Phantom Shuttle ist dieses kleine Shuttle hinten an der VCX, welches innerhalb des Spiels seinen Weg gefunden hat und auch rausgeworfen werden kann. Und auf diese Mechanik komme ich jetzt in diesem Video drauf zu sprechen, wie kann dieses Schiff überhaupt fliegen, welches Manöverrad hat es, also welche Piloten können in dieses Schiff steigen und wie genau können wir dieses Shuttle in unsere Staffel mit zusammen hineinfügen. Zuallererst das Manöverrad. Dem bekannten Auge dürfte jetzt feststellen, dass die Manöverräder oder das Manöverrad des Phantom Jagd Shuttles dem VCX-Rad sehr, sehr ähnlich ist. Wir haben quasi die komplette 1er Reihe zur Verfügung, die komplette 2er Reihe zur Verfügung, die komplette 3er Reihe zur Verfügung, ein 4er gerade raus und den 4er K-Turn. Die Unterschiede sind auch sehr klar zu erkennen. Hier ist der 4er K-Turn in rot, bei der großen VCX hingegen haben wir 5er K-Turn in rot. Auch die kleinen Ecken sind ebenfalls wie bei der VCX rot. Und man kann schon sehen, dass dieses Schiff halt vom Design der VCX relativ nachempfunden worden ist und natürlich auch passend, es ist ja irgendwie an dieses Schiff angedockt gewesen, von den Manövern her, von der Geschwindigkeit relativ gleich schnell. Der Unterschied natürlich sofort zu erkennen, die VCX als große Shuttle mit der großen Base, das kleine Phantom Shuttle, obwohl es halt die Shuttle-Bezeichnung hat, hat die kleine Base und fliegt sich natürlich somit auch deutlich anders, deutlich, ich würde jetzt sagen, angenehmer auf engeren Räumen im Vergleich zu VCX, die natürlich aufgrund ihrer großen Base größere Distanzen nun mal hinterlässt oder überbrückt in dem Fall. Und ja, man kann einfach sehen, dass dieses Schiff so klein und mobil ist, wie halt die VCX für ihr Manöverrad, was sie nun mal hat, auch sehr mobil ist, nur natürlich das Ganze nochmal im kleineren Raum. Schauen wir uns die Schiffe an. Im Vergleich zu VCX hat dieses Schiff nur namenhafte Piloten. Und hier schauen wir wieder, wie bei der VCX, zurück zur Rebels-Serie und die uns, zumindest die Kenner der Serie, bekannten Charaktere, die wir in der Serie so lieben oder eher weniger. Da das erste Schiff, der erste Pilot des Schiffes, es fängt mit einem Pilotwert von 3 an, es gibt keine generischen Piloten, wie gerade schon erwähnt. Pilotwert 3, Sepp Aurelius, das Jagdshuttle. Plaktshuttle. Die Werte ganz klar. Zuallererst der Primärwaffenwert, ein Angriffswert von 3. Dieses Shuttle bringt einen extremen Punch mit. Also aufgrund der kleinen Größe, was natürlich im Vergleich zu VCX, die daneben steht, sehr klein wird, bringt dieses Schiff extrem viel Punch mit. Und für Rebellen, sage ich jetzt, ist das ein sehr gewohnter Angriffswert mit 3. Sehr, sehr hoher Angriffswert, die sich natürlich dann im Vergleich zu den schnellen Interzeptoren, den A-Wings oder anderen Support-Schiffen, wie vielleicht der HWK, deutlich unterscheiden und dadurch auch eine deutliche Bedrohung auf dem Feld sein können. Ein Ausweichenwert von 2, ein Wendigkeitswert von 2, ist hier ein gutes Mittelfeld. Das kennen wir auch schon von den anderen Schiffen größtenteils, beziehungsweise natürlich auch wieder im Vergleich zu den Interzeptoren oder B-Wings. Ein gutes Mittelding, sodass dieses Schiff durchaus auch ein bisschen ausweichen kann, aber natürlich durch den Primärwaffenangriffswert erst einmal brilliert. 2 Hülle und 2 Schilde insgesamt ergeben 4 Lebenspunkte. Das ist für dieses Schiff der Größe vollkommen in Ordnung. Man sieht auf jeden Fall sehr schnell schon, es kann schnell abgeschossen werden, wenn also entsprechend Fokus vorher reinkommt. Wendigkeitswert von 2 ist nur so ein Mittelding in dem Fall. Und wenn wir dann natürlich nur 4 Lebenspunkte insgesamt haben, muss man natürlich überlegen, okay, wie wendig kann dieses Schiff sein? Wie kann ich es bewegen, damit es möglichst lange überlebt und seinen Primärwaffenangriffswert ins Ziel bringen kann? Und hier Sepp Aurelios, müssen wir natürlich auch dann direkt gucken, hat eine Sonderfähigkeit, die natürlich ein bisschen auf den Wendigkeitswert mit eingeht. Sobald du dich verteidigst, darfst du einen Crit vor einem Hit negieren. Wie wir ja wissen, wenn wir Schüssen ausweichen, bedeutet das, wenn wir ausweichen, erst einmal normale Hits mit den Ausweichsymbolen negieren. Danach kommen die Crits. In dem Fall, solange wir noch Schilder haben, ist es einfach ein Schildverlust. Haben wir schon Hülle hingegen, kommt der kritische Treffer direkt durch. Bei einem Hüllenwert von 2 besteht dann natürlich die Gefahr, dass dann der Volltreffer kommt, das Schiff sofort explodiert. Ein kritischer Treffer im Sinne von schwacher Explosion, wo ein Würfel geworfen wird und eine neue Explosion kommen kann und das Schiff wieder zerstört wird. Und hier wird das Ganze quasi umgedreht. Wir entfernen erst die Crits, was definitiv ein schöner Nebeneffekt ist. Und danach kommen erst die Hits durch, sodass natürlich unser Hüllenwert, 2 ist überhaupt nicht viel, keine Frage. Aber dann kann nicht dieser eine Lucky Crit kommen, potenziell bei 2 Hüllen, der das Schiff sofort in die Luft jagt, sondern vielleicht doch erst nur ein Hüllenpunkt Schaden kommt und das Schiff möglicherweise noch auf dem Feld bleibt. Gucken wir kurz auf die Aktionsleiste des Schiffs. Das bleibt dann natürlich bei allen anderen Variationen genau gleich. Da brauchen wir dann auch nicht weiter darüber diskutieren. Wir haben die uns wohl bekannte Fokusaktion. Ganz klar hat fast jedes Schiff im Spiel. Auch bei diesem Schiff darf es nicht fehlen. Es hat die Fassrollenaktion. Und so können wir wieder ein bisschen sagen, das Schiff ist für seine geringe Größe dadurch sehr mobil. Eine Fassrollenaktion ist natürlich Manöverfixing, der besonderen Art, sich ein bisschen neu positionieren, sich in den Weg des Gegners stellen. Mit diesem Schiff ist das möglich. Und mit Sepp Aurelius, der in dem Fall auch nur ein Pilotwert von 3 hat, ist das natürlich auch eine sehr, sehr interessante Option, sich in den Weg des Gegners zu rollen, damit der Rest der Staffel auf ein Schiff schießen kann, potenziell, welches in Sepp Aurelius reingebammt ist und insofern keine Aktion zur Verfügung hat, außer durch etwaige Karten, Sonderregeln oder ähnliches und dadurch dann auch als potenzielles, gefährliches Ziel, ja, gefährdetes Ziel dargestellt werden kann. Die letzte Aktion, die dieses Schiff hat, ist Ausweichen. Auch wieder hier quasi so ein bisschen der Wendigkeit und vielleicht auch der Größe dieses Schiffes geschuldet, ist Ausweichen eine sehr, sehr interessante Aktion durchaus, um dann den Zweierwendigkeitswert noch ein bisschen zu buffen, in gewisser Weise buffen, würde ich jetzt mal sagen, noch ein bisschen mehr Überlebensfähigkeit mit reinbringen, sodass dieses Schiff dann halt in Zukunft noch ein bisschen weiter schießen kann. Wichtig ist in dem Fall, dieses Schiff hat keine Zielerfassung, wie es vielleicht sonst bei allen anderen Rebellenschiffen bisher der Gefall gewesen ist. Mir fällt jetzt zumindest keine andere Ausnahme gerade. Aber dieses Schiff hat keine Zielerfassung, was für Rebellen eher atypisch ist. Das muss uns aber nicht großartig weiter beschäftigen, weil die Aktionen, die dieses Schiff zur Verfügung haben, definitiv gut sind für das Schiff, was es eigentlich kann. Seporelius selber kostet nur 18 Punkte, ist also für ein Schiff recht günstig, also für ein Dreierangriffsschiff für die Rebellen, sehr, sehr günstig, mit einer sonst Zweierstadtwert, sehr, sehr angenehm, eine Fähigkeit, die okay klingt, aber nicht einen großartigen Mehrwert generiert, außer natürlich ein Crit erst zu negieren, bevor ein Hit negiert wird, um da gegebenenfalls ein bisschen Überlebensfähigkeit zeigen zu können. 18 Punkte, sehr, sehr okay. Von der Aufwertungsleiste her auch wieder bei allen anderen Schiffen gleich haben wir, und das ist dann die Besonderheit noch, einen Turret-Upgrade, also einen Geschützturm-Upgrade und einen Crew-Upgrade. Ja, jeder, der die Serie kennt, ist es ein Phantom-Shuttle, da fliegt meistens nicht nur einer, sondern meistens auch noch jemand mit. Dieses Phantom-Shuttle kann natürlich auch Passagiere mitnehmen und Zusatz-Crew-Effekte mitnehmen. Und es hat ein Geschütz, wie man ganz schlecht an dem Modell erkennen kann, aber es hat ein Geschütz, so dass wir nicht nur auf unser Dreier-Primär-Waffen-Angriffswert angewiesen sind, sondern auch auf einen Geschützwert angewiesen sein können oder zusätzlich noch dazu haben können, der wirklich schöne Effekte haben kann, auch wenn man den Gegner gerade nicht sieht. Sepp Aurelius also für Pilotenwert 3. 18 Punkte, okay. Okay, Pilotenwert 4. Esra Bridger, den, den wir schon als Crew-Karte in Anführungsstrichen kennengelernt haben, hat dann jetzt natürlich hier den Weg auch als Pilot gefunden. Pilotenwert 4, Stats genau gleich, Aktion genau gleich, kostet 20 Punkte, hat die Möglichkeit auf einen Elite-Pilot-Slot, also der erste Pilot mit Elite-Pilot-Slot, also wieder eine große Auswahl an Variationsmöglichkeiten, dieses Schiff weiter auszurüsten. Und folgender Fähigkeit, Falls du Stressmarke hast, darfst du, sobald du dich verteidigst, bis zu zwei deiner Augen in ein Ausweichen ändern. Also ähnlich wie Sepp Aurelius, nur in dem Fall mit Mehrwert generieren, dass die Überlebensfähigkeit gesteigert wird. Das heißt, solange Esra, zumindest solange er im Shuttle sitzt, und ein Stressmarke hast, darf er, sobald er verteidigt, zwei Augen in Ausweichen ändern. Das heißt, wir können theoretisch, wenn wir die Möglichkeit hatten, vorher einen Fokus oder gehabt zu haben durch vielleicht Push the Limit oder ähnliches als Möglichkeit, die wir dann offensiv nutzen können für unseren Dreier-Primär-Waffenangriffswert oder eine Authority, die wir ausgerüstet haben, und dann das Stress liegen haben, können wir in unserer Verteidigung wenigstens unsere Augen drehen. Das ist quasi ein kleiner Mehrwertsgewinn, sodass wir dann Manöverfixing haben, Fokus für Angriffsfixing haben, und dann den Stress, der niemand sieht gerne Stress, aber Esra scheint damit sich sehr gut auszukennen, sich dann zumindest ein bisschen mehr auf seine Verteidigung verlassen kann. Hier muss man natürlich wieder sehen, der Zweier-Wendigkeitswert ist so ein Mittelding, das heißt, es besteht die Möglichkeit, zwei Augen hinzulegen, es besteht aber allerdings auch die Möglichkeit, dass da nichts liegt und dann natürlich kein Mehrwertgewinn entstehen kann. Aber für 20 Punkte mit einem Pilotenwert von 4 ist Esra Bridger auch eine sehr, sehr interessante Wahl und wieder einmal ein sehr günstiges Dreier-Angriffsschiff mit einem OK-Mittelwert-Pilot, also OK-Piloten-Mittelwert, mit dem man durchaus arbeiten kann und ja, von der Zähigkeit des Schiffes, ja, der Effekt kann durchaus mal ein bisschen Zusatzeffekt generieren. Jetzt kommen wir zu den Interessanteren aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, Pilotenwert 5, Sabine Wren, genau dasselbe, ebenfalls Elite-Pilot-Fähigkeit, für nur 21 Punkte, also ein Punkt mehr als Esra Bridger, mit folgender Fähigkeit, unmittelbar vor dem Aufdecken deines Manövers darfst du als freie Aktion eine Schub- oder eine Fassrolle durchführen. Also können wir sagen, imaginär wird noch eine Schubaktion auf dieses Schiff hinzugedruckt zu den normalen Aktionsleisten, sodass wir, wie wir vielleicht von den Advanced Sensors, verbesserten Sensoren her kennen, eine Aktion, in dem Fall Schub- oder Fassrolle, bevor wir unser Manöverrad aufdecken, durchführen können. Das heißt, Manöverfixing. Ein ziemlich gutes Manöverfixing sogar, weil die Sabine, solange sie keinen Stress hat, sehr unberechenbar machen kann. Vor allem, weil sie selber noch natürlich die Fassrollenaktion hat. Das heißt, vor dem Aufdecken können wir einen Schub geradeaus, können wir einen Schub nach rechts oder links, ein Spank machen und unsere Position verändern, wo wir dann unser Manöver durchführen können. Dann können wir unser Manöver durchführen, dann können wir eine Fassrolle machen. Das sind durchaus Bewegungen, die zu einer fast 180-Grad-Wende führen können. Ein Boost nach rechts, dann ein Eckenfliegen und eine Fassrolle ist vielleicht nicht eine ganz 180-Grad-Drehung. Aber wir haben uns definitiv sehr, sehr weit gedreht und haben eine komplett neue Position eingenommen, mit der wir dann in zukünftigen Runden weiter planen können. Auf die Spitze treiben kann man das natürlich später auch. Wir haben ja Ausrüstungsslots. Da kommen wir aber gleich in Sabine genauer noch mal zu. Aber man kann schon sehen, Sabine ist dafür gedacht, ein bisschen unberechenbar zu sein, schnell zu sein, potenziell sehr schnell zu sein und auf einmal Position einzunehmen, womit der Gegner nicht unbedingt gerechnet hat oder die man beim Gegner gewisserweise vorhergesehen hat. Dazu aber gleich. Die letzte Pilotin in dem Fall. Pilotenwert 7, Hera Syndulla. Genau derselbe Pilotenwert wie auch als Pilotin der VCX. Sogar genau dieselbe Fähigkeit wie die Pilotin aus VCX, die besagt, sobald du ein grünes oder rotes Manöver aufdeckst, und das sind nun mal nicht wenige, muss man dazu sagen, darfst du das Rad auf ein anderes Manöver mit gleicher Geschwindigkeit drücken. Wie bei der VCX haben wir die Einserecken, die Dreiecke und den K-Turn. Hier in dem Fall natürlich im kleineren Maßstab, aber auch hier haben wir dann diese vier anderen Manöver zur Verfügung, die vielleicht nicht zu dem passen, was Hera gerade fliegt. Von den grünen her sind wir etwas eingeschränkt, der L-Wert 1 geradeaus, 1er Bank oder 2 geradeaus. Da natürlich nicht mehr so viel, aber der Turn ist da schon sehr, sehr interessant. Und wenn es ein K-Turn werden soll. Pilotenwert 7 ist also von den hohen Pilotenwerten eher die unterste Schiene. Aber wenn man so auf den mittleren Pilotenwert guckt, 5, 6, 7, ist 7 natürlich sehr, sehr schmackhaft. Und für 22 Punkte ist auch dieses Schiff immer noch nicht zu teuer, dass man sagen würde, Ja, man kann durchaus überlegen, Hera zu spielen, für die wenige Punktzahl. Und man hat immer noch die Möglichkeit, dieses Schiff auszurüsten. Aber, na, hier so ein relativ großes Aber, so viel Mehrwert generiert die Fähigkeit einfach nicht. Pilotenwert 7 ist schön, um möglichst früh zu schießen. Die Fähigkeit ist schön, um ein vielleicht doch in die falsche Richtung geplantes Manöver in die richtige Richtung zu drehen. Oder aber die unvorhergesehene K-Turn zu fliegen. Aber dann haben wir keine Aktion. Wir haben kein Fokus, wir haben kein Fassroll, wir haben kein Ausweichen, wir haben kein Fixing in dem Sinne. Und sind damit dann natürlich auf den Rest der Staffel angewiesen, die vielleicht die Möglichkeit haben, dieses Schiff noch weiter zu unterstützen mit etwaigen Fokusaktionen, Tagelockaktionen, vielleicht noch vorher, bevor sie ihr Manöver durchgeführt hat. Da muss man ein bisschen gucken. Pilotenwert 7 klingt erstmal schön, möglichst früh schießen. Wobei natürlich 8 und 9 die ganz klar ausstechen, keine Frage. Aber 22 Punkte, es ist ein günstiges Schiff, so viel kostet der kleinste B-Wing im Vergleich, der Pilotenwert 2er B-Wing, der dann natürlich aber auch mehr Lebenspunkte im Allgemeinen mitbringt und ein bisschen weniger Wendigkeit und natürlich ein anderer Manöver. Aber da überlegt man sich tatsächlich schon, statt ein Pilotenwert 7, 22 Punkte Schiff mit einem 3er Primärwaffenangelswert und eher durchschnittlichen Wendigkeit bis Lebenspunktwerten, dann vielleicht ein zehres Schiff zu nehmen. Nichtsdestotrotz Elite Pilot-Möglichkeit, Torrent-Möglichkeit und Crew-Möglichkeit erlauben mir auch hier wieder interessante Kombinationen, die man vielleicht irgendwann mal noch hinzufügen kann. Die Schiffe im Allgemeinen. Ich hatte schon bei der VCX auf den Ghost-Titel angesprochen. Das Phantom-Shuttle bringt natürlich einen Zusatztitel mit. Der Ghost-Titel besagt ja, dass wenn die Ghost oder die VCX mit dem Ghost-Titel ausgerüstet ist, dass ein Phantom-Shuttle innerhalb der Staffel automatisch den Phantom-Titel bekommt. Der Phantom-Titel in dem Fall. Das Phantom startet nicht als einzelnes Schiff. Es kann ausgeworfen werden. Das besagt hinterher auch die Regel der Ghost. Startet das Spiel in der VCX angedacht. Das wird von der Ghost gesagt. Das Phantom-Shuttle selber hat die Möglichkeit oder schaltet für die VCX zum einen frei. Der Frontfeuerwinkel, den wir bereits kennen, und der Heckfeuerwinkel wird freigeschaltet für die Primärwaffe. Der ist natürlich als Torpedo-Bereich schon freigeschaltet worden. Jetzt aber, solange die Phantom angedockt ist, haben wir den Heckfeuerwinkel freigeschaltet. Zusätzlich dazu bekommen wir noch, nachdem die Schussphase quasi in die Endphase geht, also am Ende der Schussphase, erhalten wir die Möglichkeit, einen ausgerüsteten Geschützturm der VCX nochmal abzufeuern. Solange natürlich das Phantom-Shuttle angedockt ist. Somit haben wir mit der VCX die Möglichkeit, mit der Primärwaffe zu schießen und mit der Sekundärwaffe zu schießen. Natürlich am Ende der Phase, solange die VCX noch steht und das Phantom-Shuttle noch angedockt ist, muss man natürlich beachten. Wenn das Schiff nicht mehr steht, kann es nicht mehr schießen, keine Frage. Aber so haben wir, solange dieses Schiff angedockt ist, zwei Angriffe mit dem Schiff oder halt zweimal einen Sekundärangriff mit dem Schiff. Und macht dann die VCX im Allgemeinen schon sehr, sehr stark. Jetzt aber der Punkt. Wie schon bereits gesagt, VCX, die Ghost wird mit dem Phantom-Titel ausgerüstet. Jetzt haben wir vier verschiedene Phantom-Arten, die dann auch für diese Punkte gezahlt werden. Mindestens 18 für Sepp Aurelius, maximal 22 für Harrison-Dollar, solange Harrison-Dollar die VCX nicht selber fliegt. Das heißt, die Punkte, die wir dann mit dem Titel für das Jagd-Shuttle ausgeben, werden in Anführungsstrichen zusätzlich noch für die VCX ausgegeben. Das heißt, die VCX, die in der kleinsten Variante mit dem Rebel von Lothal 35 Punkte kostet, den Ghost-Titel besitzt für 0 Punkte und für 0 Punkte dann das Phantom-Shuttle, nehmen wir jetzt als Beispiel Sepp Aurelius für 18 Punkte, beginnt das Spiel in der VCX. Das heißt, wir haben, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, anderthalb Schiffe auf dem Feld, wovon da die Hälfte des einen Schiffes nicht wirklich anwesend ist, sondern nur regeltechnisch anwesend ist. Und somit sind wir dann schon bei 53 Punkten, also ein sehr, sehr guter Batzen an Punkte, die in die VCX gesteckt wird, bevor überhaupt das Jagd-Shuttle einen weiteren Effekt reinbringt, außer schon den wirklich guten Effekt, den Heckfeuerwinkel mit der Primärwaffe freizuschalten und den extra sekundärer von Angriffswert zu haben. So sind wir bei 83 Punkte mit quasi anderthalb Schiffen. Hingegen dazu aber haben wir die Möglichkeit, diese Shuttle auch auszuwerfen. Es gibt zwei Möglichkeiten des Auswerfens. Möglichkeit 1, das ist in Anführungsstrichen die sichere Auswahl, ist nach dem Manöver der VCX werfen wir das Jagd-Shuttle ab. Das machen wir wie folgt, wir wählen ein Manöver des Jagd-Shuttles, das ist egal, welchen Pilotenwert dieses Jagd-Shuttle hat, es ist wichtig, wann die VCX geflogen ist, nach dem Pilotenwert gehen wir, dann werfen wir das Jagd-Shuttle aus und machen das dann mit der Wahl eines Manövers, welches wir gerade bevorzugen, welches wir gerade interessant finden. Von 1 Grad aus, B4-Rakate-Turn ist alles möglich, solange es hinten startet. Das Modell ist ja schon wunderbar hinten angedockt, also startet dieses Schiff auch von hinten. Es kann nicht von vorne starten, es gibt bei Scum eine Variante, da gibt es ein Schiff, es kann sowohl vorne als auch hinten starten. Hier haben wir nur die Möglichkeit, hinten zu starten. Es gibt hier eine Regel, das besagt wird, wir müssen dieses Schiff mit dem Manöver, was wir ausgewählt haben, platzieren können. Solange wir es nicht platzieren können, wird es so lange verkürzt, bis es platziert werden kann. Sollte der Fall eintreten, dass hinter der VCX so viel vollsteht, aber wir sagen, wir möchten das Phantom Shuttle auswerfen, kriegen es aber nicht hin, geht das Phantom Shuttle als zerstört. Das heißt, es findet keinen Platz, prallt gegen ein Schiff XY, das Schiff XY bleibt am Leben, das Phantom Shuttle kommt nicht raus. Und damit verlieren wir dann auch die Zusatzeffekte des Ghost Titels, des Phantom Titels und das Schiff an sich und die ganzen Punkte, die wir dafür quasi investiert haben, verpuffen im Nichts. Aber die Möglichkeit zu haben, nach dem Manöver der VCX noch das Phantom Shuttle auszuwerfen, ist mehr oder weniger auch so ein bisschen ein Mindgame. Der Gegner überlegt schon manchmal, okay, wann wirft er das Shuttle jetzt aus? Die VCX ist noch ziemlich stabil, vielleicht hält er den noch zurück, damit er nach hinten schießen kann, vielleicht aber auch nicht. Das sind alles Gedankenspiele, die man sich selber als Rebellenspieler der VCX und das Phantom Shuttle macht, wie auch der Gegner, wenn er denn dran denkt und man ihn auch netterweise darauf hinweist, dass man jederzeit dieses Shuttle auswerfen kann. Wie lange möchte man die VCX quasi boosten, bis das Phantom Shuttle mit voller Gesundheit von 4 herauskommt und halt mit seinem Primärwaffenangrauswert von 3 immer noch Stress machen kann. Das ist ein sehr, sehr interessantes Mindgame und macht diese Kombination an diesen beiden Schiffen auch wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr stark. Und da ist es beinahe egal, welches dieser kleinen Schiffe man mitnimmt, es ist die Frage, wie man diese Schiffe zusammenspielt. Es ist ein purer Boost für die VCX oder soll dieses Jagdschattel auch noch was alleine können? Als purer Boost ist hier natürlich Sepp Oreljus für 18 Punkte eine sehr, sehr schöne Wahl. Man kann ihn auch noch ein bisschen ausrüsten für 2 Punkte, zum Beispiel ein Autoblaster, Torred. Sehr, sehr nett. Sodass, wenn die VCX zerstört wird, dann Möglichkeit 2 des Auswerfens direkt zum Tragen kommt. Sollte die VCX zerstört werden, bevor das Phantom Shuttle ausgeworfen worden ist, wird das Phantom Shuttle gezwungenermaßen ausgeworfen. Wieder mit einem Manöver unserer Wahl. Solange wir es platzieren können, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, dann ist dieses Schiff leider automatisch mit zerstört. Mit der Zusatzregel aber, nachdem wir es platziert haben, erhält das Phantom Shuttle automatisch eine verdeckte Schadenskarte. Das heißt, wir starten nicht mehr mit unseren vollen Lebenspunkten von 4, sondern nur noch mit 3. Einhülle, zwei Schilde. Das ist nicht besonders viel und man sollte sich vielleicht überlegen, wenn eine kritische Schussphase bevorsteht, wo die VCX nicht mehr viel machen kann, sollte man nach dem Manöver möglichst schnell das Phantom Shuttle auswerfen, damit das Phantom Shuttle dann für sich noch eine mögliche Bedrohung auf dem Schlachtfeld darstellt. Ezra Brincher ist, denke ich, ähnlich wie Seb Borelias einzuordnen als Buffer für die VCX. Auch wieder für 2 Punkte das Auto Blaster Turret ist hier aus meiner Sicht nie verschenkt, einfach weil man die Möglichkeit auf einen geschützt hat und mit der Fassrolle sich auch so stellen kann, dass der Gegner hinter einem Reichweite einstehen kann und trotzdem die Hits als Bedrohung da sind, um Autoschaden fahren zu können. 22 Punkte, auch hier vollkommen in Ordnung und sollte er Stress haben, K-Turn, Einser Ecke, Dreier Ecke, vielleicht hat er sogar Push the Limit, wer weiß, ich bin mir da noch selber nicht so sicher. Da kann dieses Schiff dann auch noch ein bisschen was aushalten, definitiv, und Auto Damage fahren oder Primärhafenwert Damage fahren. Die VCX kann weg sein, kann aber noch zusätzlich da sein. Ist die VCX natürlich zusätzlich da, ist es natürlich eine Doppelbedrohung. So muss man das dann einfach sehen. Persönlicher Favorit und jetzt könnte man sagen, man könnte ein ganz großes Lob auf diese Pilotin stellen, die mittlerweile auf drei verschiedenen Schiffen zu finden ist und als Aufwertungskarte ist Sabine Wren. Pilotenwert 5 ist das Mittelfeld, würde ich jetzt mal behaupten. Ich denke 6 ist eigentlich so, dass das Meta-Mittelfeld 5 ist in Anführungsstrichen das Mittelfeld, die Mitte von allem. Das heißt, ein Großteil der gegnerischen Elite-Staffeln oder Meta-Mittel-Staffeln fliegen nach ihr, aber die kleineren kann man ausmaneuwrieren. Ihre Zusatzfähigkeit vor dem Aufdeckenmaneuw als einen Boost oder eine Fassrolle zu machen, gibt Möglichkeit wirklich über die Stränge zu schlagen. Elite-Pilot Beispiel bis an die Grenzen. Wunderbar, 24 Punkte Sabine Wren mit bis an die Grenzen kombiniert mit der Fähigkeit bedeutet Folgendes. Bevor wir ein Manöver aufdecken, sagen wir Schub an. Das wäre unsere erste Aktion. Neue Positionierung. Wir haben Schub angesagt. Bis an die Grenzen erlaubt, nachdem wir eine Aktion durchgeführt haben, auch in dem Fall eine freie Aktion und das ist ja eine freie Aktion, dürfen wir eine weitere Aktion durchführen, dafür dann einen Stress erhalten. Als weitere Aktion benennen wir Fassrolle, das heißt Schub und Fassrolle. Jetzt decken wir ein grünes Manöver auf, eins geradeaus, eins bank, zwei geradeaus, fliegen dieses Manöver, verlieren unseren Stress, weil wir haben vorher Stress gehabt, wir fliegen grün, wir checken Stress, wir sind grün geflogen, wir verlieren einen Stress, wir haben eine dritte Aktion, wir dürfen jetzt in dem Fall keine Fassrolle mehr tun, die natürlich auf unserer Karte aufgedruckt ist. Schub können wir sowieso nicht, das haben wir nur durch die Fähigkeit bekommen, haben also schon mal zwei Aktionen gehabt und dürfen Fokus machen und dürfen Ausweichen machen. Wir können es auch anders machen, wir machen einen Schub, machen ein Ausweichen, erhalten Stress, fliegen eins geradeaus, machen Fokus, Fokus ausweichen. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, einfach sich da auch viele Aktionen zu erkaufen und auch noch ihre Mobilität noch weiter zu steigen, wie sie eigentlich schon sind, weil die Schub ist quasi nicht aufgedruckt, das ist eigentlich das Zusatzmanöver der Wahl, damit wir da noch eine Fassrolle machen können und ob das jetzt dann nach Push-The-Limit gemacht wird oder vielleicht gar nicht, das kann natürlich auch sein, wir sagen erst Fokus an, fliegen dann und machen dann Fassrolle. Möglichkeiten, uns in möglichst verschiedenen Positionen hinzustellen und Stress aufzubauen. Pilotenwert 5 ist halt gegen Kleine dann ziemlich eckig, wir können uns hinter den Gegner stellen, das gibt dieses Manöverrad und diese Fähigkeit her. Wir können uns auch den Höheren in den Weg stellen und wie machen wir das einfacher? Es gibt einen Cruise-Slot für einen Punkt und der unglaublich wertvoll ist, das hat man oder haben wir hier in der Runde mehr, immer mehr feststellen dürfen, ist der Geheimagent. Pilotenwert 5 ist niedrig genug, um Elite-Piloten sich in den Weg zu stellen. Und wie machen wir das am einfachsten mit dem Geheimagent? Innerhalb von Reichweite 1 bis 2 um das Phantom-Shuttle wichtig ist, das Phantom-Shuttle muss abgedockt sein, weil es zählt nicht in der VC-X als Phantom-Shuttle, da ist dann kein Geheimagent drauf, sondern der ist im Phantom-Shuttle. Wenn das Phantom-Shuttle fliegt und da steht und ihr seht innerhalb von Reichweite 1 bis 2 das Schiff, was ihr gerne blocken wollt, dann dürft ihr euch das Rad angucken. Und dann könnt ihr eure Aktionen entsprechend drauf planen. Euer Manöverrad liegt schon, das wird nicht mal verändert. Es gibt mögliche Karten, die das verändern können, aber das sind nicht wirklich viele. Und mit dem Geheimagenten können wir das gegnerische Manöver sehen innerhalb von Reichweite 1 bis 2 und dann entsprechend unsere Aktionen durchführen. Wir können uns in den Weg stellen. Es kommt natürlich darauf an, wo der Gegner steht und nur mit Geheimagenten innerhalb von Reichweite 1 bis 2 ist dies auch wirklich möglich. Hera könnte zum Beispiel ihr Manöver entsprechend anpassen, aber sie hat halt nicht den Zusatzeffekt wie Sabine mit einem Schub oder einer Fassrolle vorher durchführen. Das ist schon quasi eine Deluxe-Fähigkeit, was das angeht. Und auch hier wieder Turret, ich denke, das passt quasi zu jedem der Phantom Shuttles, ist das Autoblaster-Geschütz. Keine Frage. Autoblaster-Geschütz für 2 Punkte mehr. Dann sind wir bei Sabine, wenn wir jetzt bis an die Grenzen Autoblaster-Geschütz und Geheimagent haben. Geheimagent 1 Punkt, Autoblaster-Geschütz 2 Punkte, sind 3. 3 Punkte für bis an die Grenzen, sind insgesamt 6 Punkte für Ausrüstung. Sabine kostet 27 Punkte. Jetzt haben wir dann noch die VCs dabei, die mit dem Ghost-Titel kommt, das heißt, das Phantom-Scheider kriegt automatisch den Phantom-Titel und wir haben ein 27-Punkte-Schiff, welches geschützt in einer VCs der Wahl starten kann. Da darf jeder fliegen, wie er möchte und jederzeit die Möglichkeit haben, dieses Schiff auszuwerfen, um dann Sabine selber als Pilotin auf dem Feld zu haben, die mit 27 Punkten die Möglichkeit hat, gegnerische Schiffe voraus zu planen beziehungsweise von aktionsmäßig voraus zu planen dann angehen kann oder halt solange die VCX am Leben ist, als Zusatzeffekt für die VCX selber gilt. Wie man also sehen kann, ist das Zusammenspiel zwischen VCX und Phantom-Shuttle sehr, sehr stark und das ist wahrscheinlich auch Ziel dieser Erweiterung gewesen. Die Rebels sind auch nur gemeinsam stark und hier in dem Fall spiegelt das das sehr gut wieder, dass die VCX zusammen mit dem Phantom-Shuttle einen sehr, sehr starken Impact haben kann. Jetzt ist natürlich die Frage und wahrscheinlich auch die letzte Frage, die man sich stellt, abgesehen von den Aufwertungssachen, die man den einzelnen Shuttles geben kann, mit, ich denke, einem großen Zaunfall Richtung Sabine Wren gedeutet, was kommt noch dazu? Sicher, keine Frage, man könnte theoretisch, wenn man das Geld besitzt und Lust dazu hat, vier Jagdshuttle spielen. Jedes Jagdshuttle kann ja einmal gespielt werden, weil jeder Pilot ist ja einmal drauf. Also vier Jagdshuttle, möglich ist es, dann hat jeder seinen eigenen Effekt, hat ein günstiges Drei-Angriff-Schiff und kann potenziell etwas machen. Auf der anderen Seite bin ich davon nicht so der Fan, ich denke, das kann funktionieren, aber in Kombination mit der VCX, die ich als sehr, sehr stabil und auch sehr, sehr gefährlich halte, kann man gucken, was man dazu stellt. Ich für meinen Teil denke, ist eine, wenn man sich an der Rebels-Serie ein bisschen weiter orientieren möchte, ist Phoenix Squad sehr, sehr interessant. Eine kleine VCX zusammen mit Sabine Ren mit zwei Arwings. Der Punch bringt die VCX, der Punch bringt Sabine Ren, solange sie angedockt ist und sobald sie ausgeworfen wird. Die Arwings sind zum Blocken da und hin und wieder zum Ärgern. Sabine selbst kann zum Blocken genutzt werden. Es sind also viele Möglichkeiten in der Hoffnung, dass die VCX lange und möglich überlegt. Auf der anderen Seite hatte der Simon mehr oder weniger das Vergnügen, Rebellen spielen zu dürfen und und hat eine VCX zusammen mit Sabine Ren mit einer HWK gespielt, sodass die HWK von der VCX beschützt wird, so lange wie möglich, damit die HWK ein Schiff auf Piloten 12 buffen kann, Rock gar nicht in dem Fall, und dann ein 4er 5er Angriffswurf sofort am Anfang feuern kann, oder aber, ja, oder nicht oder aber, sondern genau dadurch dann Punch rausholen. Es funktioniert, keine Frage, es gibt eine Videoreihe dazu, wie Simon diese Liste genutzt hat, und man muss halt gucken, was kann man noch dazu bangen, wir haben jetzt schon eine große Punktzahl einfach an zwei Schiffen investiert, wovon in Anführungsstrichen anderthalb am Anfang draufstehen, man kann sie natürlich sofort rauswerfen und sagen, ich möchte den Zusatzeffekt gar nicht haben, möglich, keine Frage, und den Gegner einfach, naja, schneller im Aufstellen fertig sein oder ähnliches, was man gerade damit vorgehabt hat, und sofort halt das Zusatzschiff, die Zusatzfeuerkraft mit reinbringen, und dann Sabine als Flanker zu spielen, Sepp oder Ezra als noch ein kleines, einfach günstiges Dreierangschiff mit dazu, Error, solange sie nicht selber in der VCX steht, als Flanker zu probieren, es ist halt zumindest nicht mehr sehr viel Auswahl, was wir noch dazu spielen können, weil alleine, zumindest wenn wir die Ausrüstung von Sabine nehmen, die wir gerade besprochen haben, 27 Punkte in Sabine reingehen, und dann mindestens 35 mit der kleinsten VCX, plus wahrscheinlich Feuerkontrollsystem, Harrison-Dollar als Crew, und vielleicht auch noch ein Autoblaster geschützt, wir auch wieder bei 40 sind, also wir schon bei 67 Punkten, vielleicht auch schon 70 Punkten, wenn man vielleicht einen Gunner spielt, oder noch mehr, entsprechend dann auch, ja guck, was kommt noch rein, zwei kleine A-Wings, 17 Punkte, Schaden-Refit, zwei Punkte günstiger, können mit dazu kommen, es sind halt vier Schiffe dann potenziell auf dem Feld, mit ein bisschen Kampfkraft, oder halt ein etwas teureres 3er-Angriffsschiff, die ARC-170 zum Beispiel als 3er-Angriffsschiff, eine BIX als Beispiel, als Beschützer der VC-X da auch noch ein gutes 3er-Angriffsschiff, welches sich dann hinter der VC-X verstecken kann, während die VC-X Schaden fährt, all die Möglichkeiten gibt es dann, diese quasi Synergie zwischen diesen beiden Schiffen noch zu beschützen und vielleicht noch zu erweitern. Ich hoffe, dass das Phantom Shuttle jetzt natürlich mit einem starken Fokus auf Sabine Wren, da die nun mal aus meiner Sicht einen sehr, sehr starken Eigeneffekt mitbringt. Soweit erkennbar ist, dass die Synergie zwischen diesen beiden Schiffen erkennbar ist und wieder einmal seid ihr gefragt, spielt ihr das Phantom Shuttle alleine oder spielt ihr das zusammen mit der VC-X? Welche Listenkombinationen kommen euch in den Sinn? Schreibt es in die Kommentare, wir, ich, wir gucken, dass wir das zügig beantworten können und ich hoffe, es hat euch gefallen und da wir jetzt quasi mit diesem Backen fertig sind. Das war ja eine Expansion in dem Fall. Gehen wir natürlich wie gewohnt weiter nach dem V, kommt nicht das W, sondern kommt schon, kommt das X und dann kommen wir jetzt beim nächsten Video auf das ikonische Schiff zu, nachdem dieses Spiel benannt ist, der X-Thing. Von daher, danke für's Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.